heeey ho meine freunde ich freue mich dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen folge kingdom h zu der letzten folge haben wir dings akaba abgeschlossen haben eine neue seite gefunden deswegen möchte ich gleich mal hier bei winnie pooh wieder reinschauen und dann schauen wir mal was sich jetzt verändert hat mit der neuen seite wo ist bin ich hin ein komisches schild über seinem haus aber hier ist doch kein schild okay sich irgendwas verändert ah der baum ist wieder oh nein ich glaube winnie pooh steckt fest oh nein ferkel bist du nicht erschreck dich bitte nicht ferkel wir haben ferkel wieder gefunden okay ansprechen warte mal kurz sorry noch mal für die kurze unterbrechung ach ferkel klar klar da ist er oh ich freue mich ja ich glaube ich bin ich habe einen ein leckeres etwas ich habe ja so nicht nicht , es hat alles ist ich bin sokelijk dass ich dich sowieso ich glaubst du dass du ging ich hab ich bin wie du du hast man booh Vielen Dank, Picklet. Jetzt kann ich endlich mal ein bisschen Hügel haben. Wirklich? Aber wie? Ich werde den Ballon halten und fliehen wie ein Böge nach dem Hügel. Aber wenn Sie ihr Hügel nehmen, werden die Böge nicht wütend? Oh! Komm schon, mir helfen Poo. Wenn du diese Bienen bloß verjagen kannst, dann würde ich ein Häppchen Honig bekommen. Hilfst du mir beim Honig sammeln? Sicher helfen mir Poo. Natürlich, mir hilft immer Poo. Oh, hallo Euler. Hallo Poo, was hast du vor? Mit einem Ballon Honig holen? Vorzügliche Idee. Erlauben wir dir ein paar Tipps zu geben. Poo kann Honig sammeln, wenn er mit dem Ballon den Baum hinauf fliegt. Der Baum muss in den, der Honig ist Baum löchern, nicht in den Bienen stecken. Ich muss, ob ich die Bienen schick runterhauen. Es gibt eine Menge Honig in diesen Löchern. Wenn Poo ihnen zu nahe kommt, werden die Bienen ihren Honig verteidigen. Wenn die Bienen zu Poo gelangen, platzt ein Ballon. Haltet sie mit einem gezielten Hieb fern. Je mehr Zeit Poo für jedes Loch hat, desto mehr Honig kann er. Ja, also es gibt auch mehr Honig in den oberen Löchern. Wenn das Springen von Ast zu Ast zu knifflig wird, benutze das Kommando Folgen. Mit Folgen gelangst du schneller zu Poo. Aber es klappt nicht immer, also viel Glück. Ok, wir haben jetzt ein Minigame. Poo fliegt hoch. Und wir müssen ihm... Hier, helfen. Nein, 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 nein. Das ist zwar nichts. Ah, das will ich noch mal probieren. Ach so, wir haben zwei. So. Ah, warum fällt ich da immer runter? Nein. Nein. Ah, das... Ok. Poo kommt wieder. Und da kommt auch schon der erste Bienenspaar. Und da kommt auch schon der erste Bienenspaar. Ey, ich... Ok. Ich werde mich hier positionieren. Ich werde mich hier positionieren. Und boarden. Zum Beispiel auf die. Wenn die... Ich sehe, dass die hier oben rauskommen. Mist. So, irgendwo. Ah, ein Klick. Ich bin jetzt hier hoch. Ah, sehr schön. Oh, hier. Oh, hier. Es ist weird. Nein, nein, nein. Komm schon. Ah, Mist. Ah. Okay. Wir haben es ein bisschen geschafft. Aber nicht wirklich sehr weit. Das war sehr lecker in meinem Mund. Aber es ist ein bisschen mehr Platz. – An patents erhalten... Ok. Ich würde auch jetzt wieder rausgehen, weil es war nur eine verlorene Seite. Okay, dann würde ich jetzt aber sagen... das übliche wir speichern mal fix und wir holen uns erstmal nach agrappa und begeben uns dann gleich in die neue welt ich würde aber zuerst die etwas leichterer nehmen die hier bevor wir zu ihr machen die fliege ist echt nicht schön doch nicht und ja Jetzt neue Baupläne bekommen. Vielleicht erkennen wir die Welt ja jetzt schon, wo es als nächstes hingeht. Wir können viele Orte immer wieder bereisen. Es tun sich immer neue Wege auf. Oh, neuer Bauplan. Vier Baupläne haben wir jetzt schon. Was ist denn das? Was auch immer, es ist gigantisch. Ich weiß, wo wir sind. Es war die Welt, wo ich mich am meisten aufgeregt hatte. Äh, ein Wal, ein Monstro von einem Wal. Das ist Monstro, der König der Wale und meistens schlecht gelaunt. Äh, ich kann gerade nichts machen, ich will doch abdrehen. Ich schaffe es nicht, wir werden verschluckt. Es ist wahr, ich habe es selbst gesehen. Kann es sein, dass du es nur gehört hast? Wo ist da der Unterschied? Da drinnen ist ein riesiges Monster. Okay, angenommen, da ist er wirklich ein Monster. Glaubst du, wir beide können es besiegen, Sora? Na klar doch, los, gehen wir. Du hörst, da hörst du dieses Krummeln? Sch, leise. Wir müssen vorsichtig sein. Oh, eine Erinnerung. Siehst du? Es war nur der Wind, der die Geräusche gemacht hat. Oh Mann, ich wünschte, es wäre ein Monster. Warte, was ist das da drüben? Ein Fenster oder eine Tür, geht nicht auf. Junge, mehr ist hier nicht. Was hast du an so einem öden Ort denn erwartet? Hey, Sora! Hm? Wenn wir erwachsen sind, verschwinden wir von hier. Dann erleben wir richtig abends ja nicht so was hier. Klar, aber willst du so lange warten? Beim Bürgermeister wohnt doch jetzt ein Mädchen. Oh. Oh. Hey, Sora! Are you okay? What are you guys doing? What are you guys doing? Where are we anyway? Where are we anyway? Whoa! Oh, you know, I think that big old whale Monstro just swallowed us. And for today's weather, expect showers. Oh, heavy showers. Hey! Who's there? It's me! Oh, it's just Pinocchio. Pinocchio? Pinocchio? Pinocchio, where are you going? Pinocchio! Come on everybody, after him, quick! Monstro im Inneren des Monsterwales. So, wir müssen jetzt in Monstro. Hier sieht man schon alles. Riesige Wahl. What have you got there, Pinocchio? With this, we can get out of here, Father. Really? With this big block, you think so? It's true. So, how did she end up here, Pinocchio? Mhm. Mhm. Oh my, so the whale swallowed all of you two? My goodness! Yeah, looks like it. My name is Geppetto. I'm Pinocchio's father. When we got separated, I traveled all over looking for him. Thank goodness we're together again. Yeah. Oh. So, you seem to know Pinocchio quite well. I hope he was a good boy in my absence. Well, we've all had quite a journey. Right, Pinocchio? Pinocchio? Pinocchio! Ach nein. Wir müssen Pinocchio retten. Ich würde aber erstmal mich hier ganz ganz umsehen wollen. Ah, da komme ich glaube ich nicht hin. Schöne Musik. Auf jeden Fall wieder. Erst mit dem Springen, das ist auch ein bisschen nervig, finde ich. Schöne Musik. Ach so. Brauche ich das sowas wie ein Doppeljump? Nein, da komme ich nicht hin. Alles klar. Vielleicht später. Dann würde ich sagen, wir speichern nochmal fix. Wir sind im Rachen. Bauch 1. Wie macht ihr den Geppetto? In der Zeit! Chị ganz recht schmerzt! Kannst du sie gut verwenden? Na, wir kommen zurück. Wann kommen wir wieder? Vielen Dank! Mach das mal wieder! Ich weiß, Geppetto hat mich sehr schockiert. Pinocchio, verhör dich. Es ist zu cool, sie zu spielen, jetzt dass du die Schlüssel haben möchtest. Riku? Was machst du hier? Nur mit Pinocchio. Du weißt, was ich meine. Was ist mit Kairi? Hast du sie gefunden? Vielleicht. Finde uns. Und vielleicht erzähle ich dir, was ich weiß. Komm! Ich glaube, das ist ein kleines Labyrinth hier. Komm! Ja, toll. Wir brauchen jetzt Geister. Wir sollen auf jeden Fall ein bisschen mehr kämpfen. Wenn sich die Möglichkeit anbietet. Ah, was wir auch noch machen könnten mal. Das ist mir gerade so. Äh, die Wunderlampe steigert wieder unsere Ankunftskraft. Wie gesagt, wir müssen jetzt große Fangen spielen. Ja, ich hätte lieber die Folge ein bisschen kürzer halten heute. Ja, komm! Da! Ja, ja! 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 Und dieses Fangen-Spielen auf die nächste Folge. Nein, aha, echt. Die Nerven. Da komme ich nicht durch. Und da komme ich nicht hoch. Auch noch nicht. Das ist der Bauch falsch. Wir kennen aber auch mal noch die anderen Fähigkeiten als die neue Fähigkeiten. Das machen wir jetzt gleich mit. Ich nehme noch mal den Zwickschutz. Das wir gleich noch mal speichern können. Und das wir uns mal die Fähigkeiten noch ändern können. Weil die Fähigkeiten sind wichtig, dass wir ordentlich weitermachen können. Konter. Schade Konterangriffe. Höher die Trefferquote. Das ist der Schneider. Die MP-Heilung. Tech-Boost. Kombo-Plus. Reflektor. Warte ich auf jeden Fall das. Das nicht. Entweder Reflektor oder... Konter. Ja, Reflektor. So. Gut, dann hoffe ich, ihr hattet wieder Spaß bei dieser Folge. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal in Kingdom Hearts. Wenn wir dann auf die Suche nach Pinocchio gehen. Also ich wünsche euch Spaß und bis dahin auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.